Es ist Mittwoch, der 14. August 2019. Da Christi Himmelfahrt heuer auf einen Donnerstag fällt, bietet es sich an, am Fenstertag Urlaub zu nehmen und am verlängerten Wochenende einen Ausflug mit Ludwig van Tura zu machen. Ich beschließe, wie auch Ende Juli ins Salzkammergut zu fahren. Nach dem Abendessen breche ich um 18 Uhr auf. Im Mürztal halte ich beim Hofer, um Lebensmittel zu kaufen. Danach fahre ich zum Pötschenpass. Mürztal halte ich zum Pötschenpass. Um 20.30 Uhr, 10 Minuten nach Sonnenuntergang, treffe ich bei meinem Übernachtungsplatz ein. Ich mache es mir bei Birnensaft gespritzt und einem Eis gemütlich. Dann aktiviere ich den Beamer und schaue vor dem Schlafengehen ein paar YouTube-Videos. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020